wo bist du ich bin ganz schön bei dir laufen mein jetzt hat der dreh nicht dich ach so bei mir gibt es also wirklich keine rehe ich finde ihn doch kleine wildschweine aber der schaue sehr schlecht aus dafür finde ich ziemlich viele also lederschnipsel aber jetzt schon 16 erst 12 aber dafür 21 redinger ist da auch eine schweine großes reading ein großes reading ja so reading mit stern so dann klopfen wir noch das schwein und dann gehe ich zurück in die heimat ja schön dicht lederschnipsel lederschnipsel schnipps schnipps lied war er nicht vor mir weg zu schwein was wir hier machen ist jetzt nicht gut da würde bestimmt peter wieder irgendwas dagegen haben immerhin töten wir digital tiere wer sowas digital macht schreckt ja nämlich auch nicht zurück dass ja ist ja quasi mein mein wochenend aktivität einfach in wald gehen und wahllos tiere abknallen ja oder so wie kennst du die die franz sie noch ja die ja quasi auch wahllos tiere getötet hat und dann ihr schädel noch in dem topf gekocht hat melden er hat marcus jetzt nicht so geil gefunden ja marcus findet ja vieles nicht so geil ja ich würde es jetzt auch nicht so haben wir sich finden wenn ich meine küche kommt und dann meinen großen kochtopfen hirschkopf kocht ja wenn du sie das cool findet sollte das machen das ist ja ihr ding ja schon alles ist schon ein bisschen makarber jetzt nicht darüber auf ich auch nicht aber ich würde es jetzt nicht machen wollen wo kippst du denn diese jenzen fleischblut irgendwas brühe hin über getrunken oder so ein schwein ist ein klein wenn ich nicht weil sie vorher ertrinken ich komme steinig hoch den dunkelwald betreten das ist nicht gut da sind so eine leute drinnen die dich quasi one hitten oje was hast du dir was angelacht wir haben nicht jahre ist was aus dem dunkelwald tja würde ich mal sagen es ist scheiße hast ja versuchen in die richtung von unserer heimat zu gehen dass du wenn du stirbst nicht so weit laufen musst ich glaube das hat auf ihr ne das hat nicht aufgehört ne die die verfolgen die ich bis zum tod echt jetzt ja hast du doch hast du doch letztens gesehen wohl als mir verfolgt ist und ich dann dachte das ist abgerückt aber ist es nicht und dann war das auch so was es war auch was größeres das ist mir entgegen kommst ja mach ich ja schon kannst ja mit mit schrift auch rennen ne ja das weiß ich ich muss hier den berg hoch um zu dir zu kommen also ich bin jetzt quasi in unserer hütten dorfgemeinschaft oder ist ein bildschwein kommen wir noch das bildschwein und bevor ich dich rette wie sieht es aus ich bin am weg das hat der jans leuchten der augen bist du wenigstens am leben ja körperlich zumindest aber psychisch bin jetzt durch also muss ich dir nicht mehr helfen ich weiß nicht ob das ding abgelassen hat oder ob das halt noch hinterher rennt weil ich siehst du ja dann wenn du stirbst dann da hat es nicht abgelassen von dir wo ich dampfe ist glaube ich die kälte die kürle waren ins warm muckelige bude so weit ich weiß dass du irgendwann auch so portale bauen kannst so weit ich weiß nicht weil wir hier sind das ist das ist das ist das ist das ist das ganze jolt kommt mal meine hütte was wollen noch mehr jolt gefunden naja gesagt ich habe ja das 15 jolt noch jetzt habe ich zwei bernsteine und 28 jolt und milliarden dinger und futter ich habe hier ein schild gefunden ist doch schön ausgebildet wir haben uns nicht um es nie aber so ein schild schild da steht ja nichts drauf oder da kannst du glaube ich also du kannst auch um einen schilder bauen aus holz und noch irgendwas so so Das ist da. Cool, cool, cool. So, wow, jetzt wäre ich mal da fast ins Feuer gelaufen. Macht immer nicht. Meinst? So, ich habe das Geräuschen gebaut. Das ist gut. Jetzt haben wir die Werkbankstufe 3. Uh, Lederbrustpanzer. Ah, baue ich mir doch gleich mal eins. Fertig. Oh, ich sehe schon sehr wikingermäßig aus. So, da kann ich eigentlich so irgendwelchen Scheiß einfach... Was passiert mir, wenn ich den Mist ins Feuer werfe? Stückt das dann? Oh, nein. Oh, nein. Also macht es, mit schnack. Um... riding in Threib One. Oh, das muss ich nicht hinять. Oh, da geht's mal. Oh nein. Oh, da geht's manchmal jetzt... A rất fantastisch, ja. Ach's das an wanted. Oh, das muss ich hier richtig tun. Oh, da geht's. also ich habe jetzt 35 gold und du gehabt eine vollständige lederausrüstung kann ich die für gold abkaufen schade holz schild mal bauen was hast du jetzt ein holz schild oder so ein turmschild holz schild und wird für ein design das gäbe gestellt musste einfach nur stehen das steht ja schon drin ja und das muss einfach stehen damit wir genau hast du noch rehaut übrig wenn ich würde das brauchst du wie viel ich braue in hell noch hätte mir schon klar was wie viel leder brauchst du und ich bräuchte den leder brustpanzer also insgesamt richtig acht ich habe nur 7 ich würde mir aber ich würde kurz gucken was das brauche ich denn sind schild allerdings kannst du kriegen ich habe noch so schnipsel wenn es du brauchst ich will mir jetzt nur so ein holz schild ein schild hat jockey design alter doch ich hab dann sein drauf bei mir ist es ohne design was mache ich dann eigentlich mit dem alten zeug mit dem zerlumpen hemd ich habe keine ahnung ich habe das hier einfach mal das ist hier in diese kiste tun ja die diese kiste hier ok kann man nichts denken schade ich sehe cooler aus ich muss mir jetzt noch ein tier töten damit ich hier noch einen helden bauen kann die quill mir muss ich mir noch bauen hast du noch leder schnipsel ja ins würde reichen was willst du denn bauen ich will mir ein sperr bauen ein unbewaffnet wird ich besser gegen dich 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 noch für den sperr 10 feuer stein muss man fluss ich hätte ja 30 gehabt jetzt was ihr sagt liegt das doch dann einfach in die kiste da habe ich mich dran gedacht ja das ist mir schon klar da jetzt kommt die wir sind 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 so noch schieb gröer da hat nicht stein hoch wieder so ist worden spitsch Ich find kein Reh hier! Da ist ein Schwein! Oh ja, du Schwein! Skidisch! 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 Boah, die Sonne blendet! Ladida, wie bleiben wir denn jetzt schon? Sechs... Sieben... Acht... Was brauchen wir eigentlich für so ein Floß? Eine Werkbank! Ja, und 20 Holz und sechs Leder Schnipsel. Und sechs Harz. Ich hätte alles, aber mir fehlt die Werkbank. Ne, die Werkbank können wir ja bauen, das ist ja nur Holz. Wollen wir dann hier mal eine bauen und drüber fahren? Ja, aber lass mich vorher noch den Sperr bauen. Dann können wir ja mal anfangen den Endgegner oder den ersten Boss mal zu stressen. Hallo! Also willst du zurück oder kannst du den an der Bergbank bauen? Lass mich erstmal den Feuerstein noch besuchen. Ich hab doch! Ich will eignen! Wie ein kleines Kind! Ich stress mich nicht! Ich stress mich nicht! Ach, keinen Bock mehr! Gib mir was! Nee! Jetzt zieht mir was! Das tut es nicht! Eigentlich brauche ich auch nichts! Ich kann nur zurück einfach in die Kiste greifen, wo ich das Zeug reingepackt habe. Ja, dann mach das doch! Ne, warte mal! Ich muss ja... Wo müssen wir jetzt... Wo bist du jetzt eigentlich? Ich schieße hier noch ein Reh. Ne, ob das was wird? Ja! Ja! Kann ja nicht so... Ich kann nicht... Und hast du es getroffen? Ja! Wollen wir jetzt hier am Wasser... Können wir hier am Wasser jetzt was bauen oder nicht? Ja, klar können wir bauen. Ob das du da nix bauen können. Ja, dann... Ich weiß nicht, ob das überdacht sein muss und nicht... Ja... Ne... 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 Vielleicht... Ne... Muss nicht. Aber ich will erstmal noch ein Sperr bauen. Ja, dann kannst du doch dann da auch bauen oder nicht? Ne... Da muss ich ja wieder alles... Werkbankmäßiges machen. Ach... Das geht nur mit der geupgradeten. Jo... Ja... Das ist ganz seltsam bei dir. Ja, ich hab gegen mein Mikrofon hier hauen. Ja, machst du sowas? Kannst du es nicht einfach mal sein lassen? War ja nicht extra gemacht. Ja, das würde ich jetzt an deiner Stelle bewusst sagen. So, gleich bin ich hier da der große Sperrmeister. So... Kann man den dann werfen oder ist der zum... Stechen? Der ist zum Stechen. Ja... Sperrfähigkeit gleich verbessert, wenn ich dich haue. Kannst du mich vielleicht nicht hier grad hauen? Oh, ich hab so einen Sekundärangriff. Oh, kannst du mir mein Sperr wieder geben? Nein! Gib mir mein Sperr wieder! Tja, Andi, ne? Dann zünde ich dich einfach an. Halt auf, dass ich ihn wieder gehen kann. Geht doch. Warum nicht gleich so? Warum muss man hier mal erst mit... mit... mit Feuer drohen? So. Dann gehen wir jetzt mal ins Wässerchen. Und bauen das Raft, oder? Oh, warte. Ich wollte mir meinen Helm noch bauen. So. Hast du Harz? Ja. Wie viel brauchst du? 6. Ich hab 17. Gib mal ein bissl. Ja, warte mal. Und nimm du mal genügend Holz mit, dass du die Werkbank bauen kannst. Ja, wir haben ja bloß 13 Holz drinnen. Dann hauen wir halt nur einen Baum um. Hast du mir das Harz schon gegeben? Nee. Warum? Weil ich grad mein Herz'n Schlönz hier repariere. Rrrrrrrr. So. Wo? Was brauchst du? Harz. Hier in dem Harz. Ja, im Harz. Okay. Dann... Lass' mal runter... gehen. Oh, da ist... ein Schwein Ding. Oh, lass' mal meinen... ...meinen... weg. Warum stichst du mich? Ich bin froh, dass es hier kein... ... kein Ding Ding gibt. So. Dann stellen wir deine Werkbank. Oh, ich hab zu wenig Holz. Ich muss Holz hacken. Warte, ich kann dir ein bisschen was geben. Ja, ich hau jetzt nicht nach dem Baum um. Ich hab's gestandener Wikinger. Hey, jetzt wollte ich das ins Wasser. Bleib stehen! Nee, das ist kacke. Kann ich hier drüber springen? Ah, kann ich nicht. Ja, das war's dann wohl mit nem Baum. Na, warte mal. Ich hab ne Idee. Ich schwimm einfach. Oh ne, ich kann nicht schon. Da trinke ich. Hier liegt Holz. Hier. Direkt vor mir. Ja, aber das reicht nicht. So, hau mal den Baum um. In der Hoffnung, dass der nicht ins Wasser rollt. Was ist angegriffen? Nee, werd ich nicht. Ich ignorier den einfach. Mach'n platt. Ich mach' das mit Fäusten. Boah. Da hab' ich's mir dabei gegeben. Komm' noch einer. Ich glaub' die wollen nicht, dass wir hier mit dem Boot fahren. Das mit euer Arbeit, die wollen. So. Jetzt müsste ich hier nügend Holz haben. Für ne Werkbank. Na, hier möchte ich das mal alles platt machen. Weil das hier schön gerade ist. Das Gedusch. Dann baue ich hier uns mal ein Flößchen hin. Ja, dann mach' hinne. Und ich über meine Sperrfähigkeiten. Kommst du, willst du mitfahren, oder? Guckst jetzt auf den Fußboden? Boah. Ich kann mich ja in dem Ding festhalten, jetzt. Wir müssen irgendwie das Segel ziehen. Ah, hier, oder? Naja, das ist ne Leiter, damit du auf das Boot kommst. Nee, das ist das Ruder. Hier, bei mir. Und was ist das? Ja, das ist die Leiter. Ja, aber wie machst du hier das Segel Ding? Irgendwie muss man das ziehen. Ja, dann zieh halt mal. Ja. 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 Ich weiß es doch nicht. Ich mach ja. Aha. Wer ist drauf? Wie hast du das jetzt gemacht? In der Mitte Pfeiltasten. Wo wollen wir jetzt überhaupt hin? Einfach mal geradeaus aufs Weite Meer. Ja, oder lass uns gleich hier zu dem Hirschhainer reiten. Du müsstest jetzt irgendwelche Wikinger-Lieder anstoßen. Ho 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 und im Buddel voll rum? Das ist kein Wikinger-Lied, Alter. Was dann? Weiß ich nicht. Piraten machen sowas, glaube ich. Ja, aber wir sind ja keine, wir sind Wikinger. Ich kann nur das Lied von der South Park Piraten folgen. Dann singst du halt das. Die Piraten sind wir. Das ist close enough, würde ich sagen. Ich habe eigentlich nichts verstanden bei dem, was du hier gesungen hast. Das war irgendwie nur zwei Wörter oder so. Ja, den Restlin-Text weiß ich ja auch nicht. Oh, oh, hier kommt eine Insel. Wollen die mal Auskundschaften? Die ist ja nicht so groß, aber vielleicht die? Ja, ich fahre einfach drumherum und ich hole dich auf der anderen Seite ab. Klingt nach dem Plan. Und dann trinke ich noch ein Schlückchen. Okay, ziemlich unspektakulär. Okay, ich sehe hier so gerade übelste Flaute, ich komme nicht weiter. Komm ich da hin, ohne zu sterben? Du musst das Segel drehen. Kann ich nicht, ich kann es nur einholen. Nein, mit dem Ruder. Ne, da mache ich das Ruder, du Eimer, nicht das Segel. Das Segel macht nach Wind. Ach so. Ja, aber dann, vielleicht muss der Wind von hinten kommen. Dreh mal das Ruder so, dass das... Oder vortreten, bringe ich das Ruder hier eure Tränen, wie ich will. Nein, du kannst es natürlich drehen. Ja, aber es passiert nicht wirklich viel. Mach mal das Segel ganz raus. Du musst machen. Du bist in die falsche Richtung. Ne, das ist schon richtig. Ich sehe doch hier auf meinem Display, wo der Wind ist und wo nicht. Ich habe ja alles in der Kontrolle. Aber gleich geht es rucki zucki vorwärts. Weißt du, wo der Boss ist? Ja. Witt? Ob du weißt, wo der Boss ist? Ja. Okay. Dann fahr da mal hin. Mach ich. Ist ja mal gut, wie hier jetzt hier. Wie es zeiglich losgeht. Oh, ich könnte was zu essen verbrauchen. Ich halte mich hier mal fest. Nicht, dass hier geht. Wo ist das? In's Wasserfall. Wenn Edmolf hier am Steuer ist. Edmolf, der stolze Wiginger. Edmolf 4. Witzig du hier, du kannst doch hier selber steuern, Mister. Ich habe was auszusetzen. Ich weiß ja nicht, wohin. Ne, hast du hier nicht das... Na. Hast du nicht mit der Krähe geredet, die dir gesagt hat, wo du hin musst? Nein. Die Krähe ist bei mir schon seit Ewigkeiten nicht mehr da. Ja. Ja, weil du dich ständig ignorierst. Ha. Also wenn ich die Krähe wäre, ich würde dann auch sagen, ja hier, mir doch egal. Lass ihn sterben. Siehst du eigentlich was, wo wir hinfahren? Ich sehe nur das Segel. Ja. Ja. Vielen Dank.